Es war einmal ein Dino. Er liebte es, Fußball zu spielen. Eines Tages traf er auf dem Bolzplatz einen älteren Jungen namens Cristiano. Cristiano war sehr schnell mit dem Ball und konnte Dino jedes Mal ausdribbeln und sogar pannern. Insgesamt wurde er an diesem Tag siebenmal gelocht. Dino wurde sehr traurig. Er ging nach Hause und weinte. Nachdem er zu Ende geweint hatte, schaute er sich auf YouTube Nutmeg Tutorials an. Sein Ziel war es nämlich, eines Tages besser als Cristiano zu werden. Nach vielen Jahren trafen die zwei wieder aufeinander. Dieses Mal waren beide schon Fußballprofis geworden. Dino dachte sich, das ist jetzt meine Chance, ihm alles heimzuzahlen. Ich habe auf diesen Moment so lange gewartet. Jedoch war Dino das ganze Spiel über nur linker Bankwärmer. Er wurde auch nicht eingewechselt. So wurde Dino wieder sehr traurig. Anstatt zu weinen, lachte er aber verwunderlicherweise. Keiner wusste warum. Dinos Vater dachte sich, der Junge ist jetzt komplett bescheuert geworden. Ich glaube, der Schmerz war zu groß. Er wurde einfach zu oft von Cristiano zerstört und hatte nicht einmal die Chance auf eine Revanche.